Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur Episode 107.1 der 7-Minute-Quads. Wir wollen heute noch mit diesem Teamchen jetzt zwei Spiele machen. Ich werde das Ganze zusammencutten, natürlich, denn wir haben es ja letzte Episode nicht geschafft, weil die A-Server mich nicht wirklich auf sich drauf haben wollten. Das hört sich jetzt falsch an, aber naja, ich wollte sie halt hart durchnehmen. What the fuck? Egal! Wir machen zwei Spielchen und ich würde sagen, ich suche direkt bei den ersten Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Jonesy-Boy, Jubilee FC, Bro. Wir haben einen, ja, mehr oder weniger Hybrid. Na, zumindest, es sind immerhin zwei Ligen und ein paar Nationen mit Diaphra Sacco, mit Diame, mit Mané, mit Richards, mit Okoro, mit Schmeichel. Der Innenverteid kommt mir nicht bekannt von Palmer Brown, das ist nicht, der ist zu alt dafür. Rechts habe ich auch nicht gesehen. Feilhaber, glaube ich, im Mittelfeld von Jose Altidore. Rechts habe ich ihn nicht gesehen. Ja, mal sehen, wie Scheringham sich machen wird. So, Lallana hier, unser schnellster Spieler mit dem Five-Star-Weekfoot. Oh, war gut gemacht. Das war jetzt dumm. Das war richtig schön dumm, holt sich nochmal wieder. Schöner Einsatz. Bringt im Endeffekt nichts, aber egal. Lallana macht Bock. Der hat Lust heute. So, da ist Scheringham gegen Schmeichel. Schade, der Lupfer wäre wohl die beste Alternative gewesen, aber bringt uns leider nicht zum Ziel. Der Gegner bisher noch gar nicht in der Offensive aktiv. Jetzt vielleicht mal über Sacco, wo ich es gerade sage. Wahrscheinlich werde ich direkt bestraft. Nö, erstmal nicht. Ja, freie Stochen. Lichai, den kann man auch noch machen, mein Junge. Also bisher offensiv ein bisschen das Problem, dass wir erstens langsame Spieler haben und zweitens, dass wir halt nur drei Spieler allgemein in der Offensive haben und mit denen ist es gegen eine Viererkette, die es im Endeffekt immer noch ist, relativ schwierig, wenn da Lallana, Kane und Scheringham quasi allein auf weiter Flur stehen, weil die Defensive oder beziehungsweise Mittelfeld halt überhaupt nicht mit nach vorne arbeitet, Lichai und Stapfelidis meine ich da vor allem. Die anderen beiden sind ja quasi halt Achter aufgeboten. Ja, Scheringham nur mit dem Schuss. Ich wollte natürlich das Tor jetzt mit Iman hier doch querlegen können auf Hurricane, aber der ist nicht so, ja, bisher nicht so aktiv und überzeugt mich bisher auch nicht so. Ist eher bisher so ein Smooth Jazz oder so ein laues Lüftchen. Ich bin jetzt gerade nur auf Smooth Jazz. Also der Hurricane ist bisher eher so ein laues Lüftchen oder wenn man von Rugme like a Hurricane ausgeht, eher so ein Smooth Jazz, ja, der geht auch rüber. Der ist noch nicht auffällig so wirklich. Oh Scheiße, ja, Sarko mit der ersten richtig guten Chance. Die hat zum Glück, nee, Altidore war es, die hat zum Glück nicht reinmacht. Sie hat sich ähnlich irgendwie. Es ist unfassbar. Die erste vernünftige Chance, wer war das? Powers. Powers ist der Rechtsverteidiger oder rechtes Mittelfeld höchstens. Er, der rechte Mittelfeldspieler. Oh mein Gott, Alter. Und Scheringer macht vorhin bisher noch absolut gar nichts. Der ist bisher echt nicht gut. Vielleicht jetzt mal hier direkt nach dem Anstoß. Den Dragback durch die Verteidigung. Ja, toll. Und dann stehen die da so scheiße und Kane läuft natürlich auch nicht mit. Ja, ist kein Foul. Nein, bloß nicht. Kane hat auch einfach beschissene Laufwege, ne. Und Alana macht den wieder nicht rein, ey. Das gibt's doch überhaupt nicht. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? So, jetzt der Beilauf Kane gegen Asu. Was macht er denn? Oh Gott sei Dank, ich hab gar keinen Fake-Shot gemacht eigentlich. Oh, kurz Hupenflattern, ey. Gegen den Mann mit dem wohl amerikanisch andeutenden oder anhauchenden Namen jemals. Beziehungsweise aller Zeiten. Agu, Asu, Magan, Dambadande oder sowas. Keine Ahnung. Scheringham kriegt den Ball nicht rein, das gibt's überhaupt nicht. Ich mein, das ist eine Legende und das ist ein Silberkeeper namens Kaspar Schmeichel. Ne, Kaspar doch müsste Kaspar sein, ne. Oh Mann, Dribbling hat er auch nicht. Oh, jetzt kommt der Konter, weil ich noch immer auf totale Offensive stehe. Badstuber gegen Altidore, das Duell der Giganten. Also ich glaube, Scheringham ist echt noch schlechter als Filippo Insagi. Also schlechter kannst du diesen Fake-Shot gar nicht machen und so hab ich den sicherlich nicht gedrückt. Der Schiedsrichter entscheidet. Ich wollte eigentlich zwei Spiele machen, aber da dieses hier jetzt anscheinend in die Verlängerung gehen wird, da wird es wahrscheinlich doch nur eins bleiben, weil die Verlängerung halt dann dafür herhält quasi. Das Spiel dauert sowieso schon relativ lange jetzt. Ich hab schon relativ viele Highlights gezeigt. Was heißt Highlights? Highlights gab's kaum in dem Spiel. Aber ihr wisst ja immer, was ich meine. So überlegen eigentlich. Aber ich kann den Ball nicht gefährlich aufs Tor bringen, vor allem Scheringham nicht. Ich muss wissen, was er für einen Fuß ist. Hätte ich mal einmal nachgucken sollen. Mache ich jetzt. Ich tendiere dazu, dass er rechtsfuß ist. Ich weiß es aber nicht genau. Er ist natürlich rechtsfuß. Ja, stellen wir mal um. Na, Slapstick? Geil. Ich glaube übrigens nicht, dass es daran liegt, dass die Spieler langsam sind, die ich habe. Sie sind ja durchständlich schnell hier. Der will ja gegen Agus, Samma, Dibaliberdou. Äh, ich... Oh Gott, diese Ballkontrolle. Ich glaube, es liegt eher daran, dass der, äh... Beziehungsweise, dass die Spieler, bis auf Lallana, alle kein gutes Dribbling haben, Tash. Kann man auch mal machen. Oh, Scheringham, Mann. Das ist echt, echt nicht mehr lustig jetzt langsam. Den hat ja, weil ich auf totale Offensive stehe, ist der mitten vorne jetzt und wird von... Azumagulabakamada da weghauen. Was ist denn das? Mein Gott, er kriegt eine Chance und er macht sie rein. Mit die Armee, weißt du, Scheringham, eine Legende. Kriegt den Ball nicht ins Tor gegen einen verkackten Schmeichel, weil er den nicht durchsetzen kann. Gegen Azumagulabakamada, warte mal wieder jetzt. Oh, warte mal. Ja, natürlich nicht. Was für eine Scheiße. Der ist so schlecht. Aber auf der anderen Seite macht die Armee einen zentralen Mittelfeldspieler, der eigentlich Sechser ist. Der, glaube ich, bestimmt so um die 60 Abschluss hat. Oder 50 eher. Haut den einfach eiskalt rein. Naja, das gibt's doch überhaupt nicht. Komm, Scheringham, jetzt aber, jetzt aber. Wehe. Gott sei Dank. Ich hab ihn schon daneben fliegen sehen. Ich hab ihn daneben fliegen sehen. Alles andere wäre jetzt auch komplett lächerlich gewesen. Alter Schwede. Mann, Mann, Mann. Elfmeterschießen mit einer Legende im Sturm gegen Silbertin. Das ist echt traurig. Na komm, wenn er den jetzt nicht reinmacht, dann bin ich wirklich komplett enttäuscht. Dann diskarte ich ihn, glaube ich. Sein Glück. Und mein Glück irgendwie auch. Gut, ich hab ihn nach rechts gedrückt. Aber ist von mir aus. Ja, Kane ist sicher. Mané gegen Bürki. Ich glaube, er schießt wieder in die Mitte. Ich glaube, er kann gar nicht zielen. Er kann zielen. Sehr gut. So, Lallana. Hoch in die Mitte. Mal sehen, ob es klappt. Ja, doch. Klappt wunderbar. Das heißt, wir brauchen jetzt noch... Naja, müssen zwei reinmachen. Und im Idealfall, wenn wir noch einen halten, dann können wir auch noch einen reinmachen. Das reicht dann. Oh Gott, Bürki, Alter. Versuchen Sie sich, dass er hinschießen würde. Jawoll. Er ist drin. Und damit haben wir gewonnen. Ne, haben wir noch nicht gewonnen. Ich will Gott sagen, da fehlt noch einer. Und zwar Power. Und der hat schon das Tor gemacht. Das heißt, der trifft jetzt nicht wieder. Mitte, Mitte, Mitte. Jawoll. Der ist sogar richtig gewesen. Gut. Damit haben wir das Spiel in dieser Episode gewonnen. Wenn auch mit Biegen und Brechen und mit einem sehr, sehr schlechten Sharingham. Aber das akzeptiere ich jetzt einfach mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben. Da ist eine großartige Unterstützung. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Die jubelnden Fans im Hintergrund sind ja quasi... Ich wollte gerade sagen, meine Fans, wenn sie ein Video sehen. Aber ich glaube, das ist eher nicht so. Aber was willst du tun? Ja, mein Controller vibriert immer noch. Jetzt hat er aufgehört. Und ja. Ich freue mich übrigens auf die Gamescom. Während ich gerade mal das gerade gesagt habe mit dem jubelnden Fans. Mal sehen, ob ich vielleicht diesmal ein, zwei treffe. Kann ja auch sein. Letztes Mal waren es ein paar. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte ich noch ein paar mehr sehen, was mich freuen würde. Gut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.